Ah, shit. Here we go again. Die Situation ist zum Glück schnell erklärt. Ubisoft hat einen Trailer herausgebracht, um eben Assassin's Creed Shadows anzukündigen, das wohl auch in Japan spielen soll. Ihr seht hier drei Videos, da geht es eben um den Trailer, um die Vorstellung der Charaktere und so weiter und so fort. Bei allen drei Videos seht ihr ein extrem schlechtes Verhältnis von Like zu Dislike. Für dieses Verhältnis gibt es natürlich verschiedenste Gründe, die wir hier mit und mit mal durchgehen wollen. Wahrscheinlich werde ich auch welche vergessen, aber der Hauptgrund scheint für viele natürlich die Kontroverse zu sein, dass eben der Hauptdarsteller im feudalen Japan zur Sengoku-Zeit im 16. Jahrhundert ein afroamerikanischer Darsteller ist. Diese Person, Yasuke, wenn es richtig ausgesprochen ist, wenn nicht, Pech gehabt, ist auf jeden Fall eine echte Persönlichkeit, die es gegeben hat, die jetzt im japanischen Rahmen keine gigantische Bedeutung hat, aber sie existierte. Von daher ist das für mich vollkommen fein, um das schon mal festzuhalten. Natürlich könnte man jetzt diskutieren, was ich aber nicht tun werde, ob da eine bessere Person für geeignet wäre. Es ist halt einfach eine Entscheidung und wir reden halt einfach von Assassin's Creed, Leute. Das ist einfach niemals historisch akkurat und ich finde damit, dass sie eine echte Person wenigstens gewählt haben, sind sie historisch akkurater als jemals, von daher sollten wir da eigentlich schon glücklich sein. Aber ihr seid natürlich auf dieses Video gekommen, wahrscheinlich eben wegen des Thumbnails, wo ich den armen Yasuke mit Ragebaiting drüber halt als Thumbnail benutzt habe und euer Interesse damit irgendwie wecken konnte. Das war natürlich auch das Ziel, ist ja ganz klar. Und deswegen wollt ihr wissen, was will ich jetzt damit sagen? Wer den guten Omni kennt und seinen Channel, der weiß das natürlich schon, aber ich sag's nochmal allen, die jetzt neu dazugekommen sind, ich gucke immer auf die Firmen. Das heißt, ich schaue mir an, was macht die Firma denn hier eigentlich? Und in meinen Augen hat sie hier Ragebaiting und Ragefarming betrieben, so wie es schon viele große Firmen tun und das finde ich natürlich per se schon widerlich, aber klären wir erstmal auf, was das denn überhaupt bedeutet. Schauen wir uns die Definition mal in Deutsch an, wobei ich sie im Englischen nochmal ergänzen will, weil ich finde, die ist noch nicht passend genug zu dem, was ich jetzt eigentlich ausdrücken will. Ragebait sind gezielt erstellte Inhalte, die auf Abziehen extreme Emotionen wie Wut, Empörung oder Frustration bei den Betrachtenden auszulösen. Punkt. Der Rest danach, wir haben ja nicht irreführende Informationen in meinen Augen oder absichtlich Verzerrung von Fakten. Das passierte nicht, das heißt, das wäre eher so eine politische Geschichte oder extrem politische Geschichte, sondern wir haben einfach das Erste. Wir haben gezielte Inhalte, die auf Abziehen extreme Emotionen wie Wut, Empörung oder Frustration auszulösen. Und in meinen Augen hat Ubisoft das getan. Doch warum, könntet ihr jetzt fragen, ihr seid ja intelligente Zuschauer, sollte Ubisoft das tun? Das ist doch total bescheuert, wenn ich jetzt irgendwelche Leute wüten mache und die Lager wieder aufteile in Ja-Hauptcharakter, Nein-Hauptcharakter und damit ganz klar einfach nur wieder eine giftige, ja jetzt kommt wieder toxische Diskussion aufzugreifen oder aufzumachen, dann habe ich doch im Endeffekt nichts gewonnen als Firma. Da würde ich nämlich widersprechen, ihr wunderbaren, wunderschönen, intelligenten Zuschauer, die mir jetzt ein Like und ein Abo da lassen. Denn Ragebaiting und Ragefarming, wenn wir es mal ins Englische anschauen, gibt uns noch ein bisschen mehr als das. Natürlich bleibt der Fakt bestehen, wir wollen also einen Inhalt erstellen, der möglichst Emotionen auslöst. Und diese Emotionen, diese werden hier genutzt, indem wir halt irgendwie mit dem Ziel, das Produzieren, mehr Internet-Traffic, das heißt mehr Aufmerksamkeit, mehr Klicks zu bekommen, mehr Engagement, das heißt Likes, Kommentare, Diskussionen und damit eben, und jetzt kommt's, mehr Geld zu verdienen. Das machen natürlich auch Influencer sehr gerne, aber eben diese Firmen auch. Und in meinen Augen wird hier wieder so etwas genutzt, um dieses Ragebaiting zu betreiben. Genauer sollte ich eigentlich Ragefarming ja dann dazu sagen, weil das ist ja das Abgreif dieser Emotionen. Und das ist natürlich nur ein Aspekt, das heißt, die haben natürlich mehr Aufmerksamkeit, mehr Diskussion, mehr Diskurs um dieses ganze Thema und das macht natürlich schon mal einiges her, wenn man halt ein Produkt verkaufen will. Aber das ist nicht mal das Schlimmste in meinen Augen, also es ist schon fast Standard geworden, wenn wir uns verschiedene Firmen wie Disney oder sonst was anschauen. Sondern das Schlimmere ist, dass wir über etwas reden, was eigentlich gar nicht so wichtig sein sollte, wie diese typischen Praktiken, die Ubisoft wieder hier anwendet. Und diese Praktiken werden halt von diesem Diskurs verschleiert. Und während eben alle diskutieren, ob jetzt der Charakter afroamerikanisch sein soll oder japanische Herkunft sein soll, wofür es wahrscheinlich verschiedenste Gründe gibt, die, solange sie rational und höflich formuliert worden sind, vollkommen in Ordnung sind und die man auch anhören sollte und nicht in irgendwelche verschiedenen Agenda-Richtungen reindrücken sollte, hat Ubisoft einfach seinen Edition-Wahnsinn nochmal verstärkt. Die Preise sind ja sowieso schon mal wieder teurer geworden. Ihr seht es hier, wir haben das Basisspiel natürlich mit 70 Euro, was mittlerweile normal ist, aber die Gold-Edition liegt schon bei 110 Euro. Und das ist ja an sich schon mal normal, ja, Gold-Edition ist ja mittlerweile 110, was auch schon komplett lächerlich ist und die Ultimate Edition ist dann schon bei 130 Euro. Das Problem ist aber, während wir hier diskutieren, hat Ubisoft sowohl in Outlaws, was ja irgendwann in August rauskommen soll, als auch in Assassin's Creed eben diese neuen Editions-Monetarisierungen eingeführt. Und da sind halt Sachen versteckt, die tatsächlich man sonst nicht im Spiel erhalten kann und die trotzdem als Content auch schon zum Start des Spiels vorhanden sein könnten. Wenn wir uns nämlich mal die Edition genauer ansehen, sehen wir im Standard-Edition natürlich das klassische, Basisspiel-Vorbesteller-Bonus. Was ist der Vorbesteller-Bonus? Ja, ihr kriegt einen Quest, ein Hundeleben. Und jetzt, ja, was ist daran besonders, Omni, erzählst du uns, ja, es ist ein Quest. Das heißt, wir haben jetzt schon in der Standard-Edition, die schon 70 Euro kostet, nur dann Zugang zu allen Quests, die wir überhaupt haben könnten im Spiel, wenn wir vorbestellen. Das heißt, man wird durch Ubisoft schon dazu gezwungen, das Spiel vorzubestellen, wenn man wirklich 100% des Contents haben will. Aber Vorsicht, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, ja, wir haben noch mehr, denn diese Quest ist nur eins von den Dingen, wenn wir nämlich zur Gold-Edition gehen, dann finden wir hier im Season-Pest noch einen Quest, der hinter 110 Euro gelockt ist und man muss vorbestellt haben. Das heißt, der Assassin's Creed Shadows Season-Pest enthält eine Bonus-Quest ab Tag 1, ab Tag 1, mit zusätzlichen freibeischaltbaren Inhalten und kommenden Erweiterungen. Ein Bonus-Quest ab Tag 1. Das heißt, diese Quests, zwei Stück, sind schon vorhanden gewesen und werden jetzt hier hinter verschiedenen Dingen gelockt. Der Vorbesteller-Bonus, das heißt, ihr müsst schon Geld bezahlen, obwohl noch nicht mal Gameplay da ist. Das muss man sich ja auch einmal vorstellen. Wir haben noch keinerlei Gameplay, aber ihr dürft jetzt schon vorbestellen, weil wenn ihr nicht vorbestellt, Leute, ja, dann, sorry, dann ist halt der Quest weg, ne, kriegt er dann nicht. Und wenn ihr die Gold-Edition nicht nehmt, ja, dann kriegt er halt noch ein Quest weniger. Ja, hm, tja, Pech. Das hört sich erstmal nicht so besonders an, aber überlegt mal, was das für eine psychologische Bedeutung hat. Das ist psychologischer Druck, den man ausübt, wenn man eben ein vollständiges Produkt haben will. Ich kann für mich selber sprechen, wobei ich ja kein Assassin's Creed Fan bin, wie gesagt, aber ich mag es auch, Spiele vollständig zu haben. Deswegen muss ich auch bei Paradox Spielen immer ganz furchtig sein, ob ich sie mir wirklich kaufe. Und manche Leute sagen sich halt, hey, ja, ich kann ja ein Bonus-Quest kriegen, sollte ich mir vielleicht mal doch die Euro mehr bezahlen? Und das sind dann 40 Euro, die man mehr bekommt. Und jetzt können ja Menschen sagen, ja, aber es ist ja ein läppischer Quest, irgendein blöder Nebenquest. Ja, aber dieser blöde Nebenquest entwertet dann wieder die 40 Euro, weil was kriege ich sonst? Drei Tage vorher Abzugang. Also auf Deutsch gesagt, ich kriege erst wirklich einen Zugang zum Spiel, wenn ich 110 Euro bezahle, weil alle Editionen ab hier, bloß halt dieses, wo war auch noch zu kommen, Abo, kriegen drei Tage vorher Abzugang. Das heißt, eigentlich ist der offizielle Release drei Tage vorher. Es ist ja keine Beta geschlossen oder offen, sondern es ist einfach früherer Zugang. Das heißt, die Standard-Edition wird auch da schon rausgenommen. Und dann bezahle ich für 40 Euro, bezahle ich dann eben drei Tage vor Abzugang und dieses Quest erst mal und muss es halt vorbestellt haben, weil ja, sonst kriege ich ja auch diesen anderen Quest nicht. Und das ist natürlich schon an sich eine große, große Frechheit. Und wenn der Quest total läppisch ist, dann entwerte ich ja diese 40 Euro auch. Hinzu kommt einfach die Tatsache, dass wir auch noch dieses Abo-Modell jetzt haben. Day One mit Ubisoft Plus. Das heißt, da könnt ihr einfach sagen, ach, das ist ja gar nicht so teuer eigentlich, ich bin 18 Euro pro Monat. Da könnte ich mir dann die Ultimate Edition ja auch so holen. Da brauche ich die 130 Euro gar nicht zu geben, was sogar eine logische Sache ist irgendwo. Das heißt, irgendwie drückt euch Ubisoft ja auch auf dieses Abo-Modell, was vorher nicht da war. Denn da kriegt ihr ja eigentlich alles und ihr kriegt ja noch ganz viel anderes. Also wäre ja auch eine Option. Wenn ihr nicht 130 Euro bezahlen wollt, dann nehmt doch einfach das Abo-Modell. Und dieses Ultimate Pack können wir übrigens auch mal reinschauen. Was gibt das sonst noch? Da haben wir mehr Ausrüstungsgegenstände. Aber, und jetzt kommt es auch noch, wir haben da kosmetische Sachen, aber wir haben auch noch fünf Fertigkeitspunkte. Das heißt, ihr habt hier auch noch ein Pay-to-Win, natürlich in gewissen Maßen. Das kann ich jetzt nicht beurteilen, will ich auch nicht beurteilen, aber trotzdem ist es erstmal eine Tatsache, dass ihr einen Headstart kriegt. Und ihr kennt ja wahrscheinlich die letzten Ubisoft-Spiele, die sind recht grind-intensiv, weil sie eben wollen, dass ihr noch mehr bezahlt, um schnell den Grind wegzukriegen. Und wenn ihr dann fünf Fertigkeitspunkte kriegt, das ist ja nicht schlecht. Und dann könnte man sich überlegen, da gebe ich 130 aus oder vielleicht mal 18 Euro im Monat. Kann ich ja bestimmt wieder kündigen, denke ich auch dran. Und ja, wie würde manche Leute sagen, wie Arthur Spooner zum Beispiel, so kriegen sie einen. So kriegen sie einen. Und zusätzlich kommt noch hinzu, selbst wenn ihr diese Edition hier als physikalische kauft, dann werdet ihr nicht einfach das Spiel damit installieren können, sondern ihr müsst trotzdem eine Internetverbindung haben. Die haben natürlich ein Statement gesagt, dass sie nicht konstante Internetverbindungen braucht, aber ihr braucht auf jeden Fall die Internetverbindungen, um das Spiel zu installieren. Auch wenn ihr die CD, nenne ich jetzt einfach mal, also die physikalische Edition, habt. Und das ist halt natürlich krass. Und davon lenkt halt Ubisoft ganz, ganz geschickt in meinen Augen ab. Und das ist das Rage-Farming, was sie betreiben. Sie nutzen all diesen Shitstorm, diese Diskussion, diese Lagerbildung dafür aus, um erstmal Verbündete zu bekommen, aber auch von dem Gegner in Anführungszeichen, weiter verbreitet zu werden, sodass mehr Aufmerksamkeit kommt, mehr nachher Verkäufe kommen und keiner hier auf diese Edition und dieses ganze Geld machen und die schlimmere Monetarisierung achtet. Und das ist in meinen Augen, wie gesagt, Rage-Farming. Das Fazit ist für mich persönlich schwierig, weil ich generell keine hohen Erwartungen an Ubisoft-Spiele habe. Ich weiß aber, dass viele sich natürlich auf Assassin's Creed freuen und sich einfach Assassin's Creed auch einfach lieben. Nur wenn ich ans Meme am Anfang zurückdenke, dann denke ich halt, dass das Gameplay nicht mal gezeigt wurde und wahrscheinlich wieder nicht sehr überzeugend sein wird. Aber das kann ja jeder für sich entscheiden, wie viel Hoffnung er da hat. Mir fällt das halt einfach schwer, weil wir halt diese ganze Monetarisierung haben. All diese Sachen, die halt irgendwo Diskussionen auslösen sollen, damit man halt vom eigentlichen Produkt abgelenkt werden soll. Andererseits sehe ich es auch so, dass diese Story von Jaske sehr wichtig ist, erzählt zu werden. Aber ob es jetzt das Hauptdarsteller oder Nebendarsteller ist, ist mir eigentlich relativ egal. Das Spiel an sich muss halt gut sein. Das muss es gut erzählen. Und wenn ich halt da an den letzten Ubisoft-Produkt zurückdenke, wobei ich wie gesagt Assassin's Creed lange nicht mehr gespielt habe, muss ich dazu sagen, dann glaube ich einfach nicht daran, dass es um im Design und in der Entwicklung darum ging, eine gute Geschichte zu erzählen, sondern genau um diese Dinge, die ich jetzt hier in diesem Video vorgestellt habe. Aber genug von meinem Geschwafel. Ihr könnt ja einfach mal eure Meinung sagen. Ich bin mal sehr interessiert, was ihr dazu sagt und wie ihr das Ganze so seht. Denkt daran, sachlich zu bleiben und rational bitte nicht Lagerbildung oder wenn, dann bitte sehr höflich. Das wäre mir schon wichtig und wir hören uns dann im nächsten Video.